Mein Name ist Oliver Eckbars und ich mache bei Rosen eine Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration. Meine Ausbildung bei Rosen umfasst zum Großteil den direkten Kontakt mit dem Mitarbeiter. Ich bin der erste Ansprechpartner, wenn der Mitarbeiter Probleme mit seinem Computer oder einem IT-System hat oder doch mit seiner Software, die er benutzt. Ich habe mich für Rosen als Ausbildungsbetrieb entschieden, da ich schon immer in einem großen Unternehmen arbeiten wollte, um mein Wissen und meine Erfahrung zu erweitern. Dazu kommt noch, dass Rosen weltweit tätig ist und ich somit mit vielen Leuten aus aller Welt zu tun habe und somit etwas von diesen Kulturen mitbekomme.